Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Es ist schon einige, aber nicht ganz so viel Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Wie geht's dir? Ja, nach wie vor sehr gut und ich bin nach wie vor sehr gespannt auf die Fortsetzung unseres Themas, das wir im letzten Podcast angesprochen haben. Nämlich zum Thema Prozessluft und deren Auswirkungen auf die Batteriefertigung. Und du hattest ja schöne Parameter genannt, die wichtig sind innerhalb der Prozessluft, Partikel, Temperatur, aber eben auch gerade Feuchtigkeit. Und wir hatten das ja schon kurz angesprochen, dass es natürlich wahnsinnig aufwendig ist, für so trockene Luft zu sorgen, dass die Batterien anschließend einwandfrei funktionieren. Ich habe in Vorbereitung von der Theo Braunschweig eine sehr interessante Studie gefunden. Die haben mal analysiert, wie aufwendig es ist, Trockenräume zu bauen in verschiedenen Regionen der Erde. Und letztens sprachen wir darüber, dass sich eine Atmosphäre erzeugen muss, wo so wenig Feuchtigkeit in der Luft ist, dass erst ab minus 40 oder minus 60 Grad überhaupt Raureife auf Autoscheiben entstehen würde. Und auf Fertigung bezogen ist das eben der Taubpunkt von minus 40 oder minus 60. Und um das zu schaffen, so einen Taubpunkt von minus 60 Grad, haben die sich verschiedene Orte angeguckt. Braunschweig war dabei, aber eben auch einen Ort in Indien und einen Ort in Skandinavien. Das fand ich sehr interessant. Die relative Luftfeuchtigkeit, jetzt wird es ein bisschen technisch, die relative Luftfeuchtigkeit sagt ja eigentlich gar nichts aus darüber, wie viel Wasser wirklich drin ist. Die ist immer davon abhängig, wie die Temperatur gerade ist. Und da ist eben dieser Ort in Indien, Jaipur, haben sie da rausgesucht, der hat eine Durchschnittstemperatur von 26 Grad, also eigentlich ganz angenehm, bei einer Luftfeuchtigkeit von 51 Prozent. Das ist schon ziemlich feucht. Man lebt in permanenter Gewitterstimmung, könnte man sagen. Und im Gegensatz dazu ist es eben in Norwegen, in Oslo, die Durchschnittstemperatur 8 Grad, denkt man gar nicht, wenn man da nur zum Sommerurlaub ist. Und die relative Luftfeuchtigkeit 80 Prozent. Oslo liegt ja am Meer, da ist real gar nicht so viel Wasser dann drin. Und das bedeutet unterm Strich, dass ich, um in Jaipur einen Trockenraum zu bauen, ungefähr 15 Mal mehr CO2-Äquivalente an Energie verbrauchen würde als in Oslo. Oder mit anderen Worten, am günstigsten wäre es, diese Trockenräume in Skandinavien zu bauen. Fand ich sehr spannend. Nun haben wir aber in Deutschland ja doch eine relativ hohe Dichte an Batteriefertigungsunternehmen, die sicherlich nicht alle nach Skandinavien umziehen möchten. Sondern da gibt es ja auch dann die Möglichkeit zu trocknen vor Ort. Und das ist ja dann das, was es aufwendig macht, nicht wahr? Ich hoffe ja ehrlich gesagt tatsächlich, dass auch außerhalb von Skandinavien ein paar Batteriezellfertigungen entstehen. Das stimmt. Wir brauchen alle Batterien in den Autos. Und dieses Betreiben so eines riesigen Trockenraumes, die sind ja größer als Handballhallen. 500 Quadratmeter groß kann so eine Fertigungsfläche sein. Und der Betrieb davon kostet mehrere Millionen Euro an Energiekosten pro Jahr. Einer der wichtigsten Kostenfaktoren von so einer Batteriezellfertigung. Unglaublich viel Geld. Das ist Wahnsinn. Aber wenn ich mir das vorstelle, du hast so einen Riesenraum und den trocknest du jetzt runter auf eine gewisse Temperatur. Das ist ja erstmal energetisch gesehen ein Riesenaufwand. Und zweitens ist es ja auch für die Mitarbeiter nicht besonders toll, wenn die Luft so sehr trocken ist. Wir hatten das ja im ersten Teil schon, dass man dann, wenn man den Raum verlässt, plötzlich sich fühlt wie im Dschungel. Es gibt aber sicherlich Alternativen. Oder kann man sich Alternativen vorstellen, um diese Kosten irgendwie zu reduzieren? Denn die Energiepreise sind ja nun wirklich auf einem Level. Das gibt es tatsächlich. Man untersucht zurzeit, ob man nur den Fertigungsprozess kapselt, sozusagen die Maschine einpackt. Und nur in dieser Maschine diese sehr definierte Atmosphäre hat. Das heißt dann Mini-Environment. Ein Environment von Umgebung und ist eben eine Mini-Umgebung nur für die Maschine. Und wir haben das mal ausgerechnet und gemessen an kleineren Tests. Und festgestellt, dass ich den Energieverbrauch auf ein Viertel senken kann. Ich brauche nur noch ein Viertel der Energie, wenn ich so eine Fertigung in Mini-Environments laufen lasse. Das ist schon beeindruckend. Und dann könnte man jetzt sagen, da bleibt kein Auge trocken. Es ist ja im Trockenraum so, dass tatsächlich auch die Augen trocken werden. Letztens sprachen wir über diese persönliche Schutzausrüstung und viel Trinken. Aber was ich selten schütze, sind die Augen. Und das ist sehr unangenehm für Mitarbeiter. Man sagt, so ein Mitarbeiter kann ungefähr maximal zwei Stunden in so einem Trockenraum arbeiten. Sagtest du ja auch in der Vorbesprechung, ein Riesenvorteil auch für die Mitarbeiter, wenn die Luft nicht so trocken ist und ich einfach auch länger ohne Umziehen arbeiten kann. Ja, auf jeden Fall der zweite Vorteil. Das heißt, du schützt ja eigentlich den Mitarbeiter vor zu trockener Luft, die du aber brauchst. Aber wenn du diese Mini-Environments nützt, dann reduziert du ja den Energieverbrauch. Das ist ja der zweite Vorteil und zwar ein riesengroßer. Gibt es noch einen dritten? Ja, das gibt auch noch einen dritten. Jeder Mitarbeiter, der in so einem Raum arbeitet, bringt natürlich Partikel und Feuchtigkeit ein. Das ist nicht zu verhindern. Und das sind auch Prozesse, wo Menschen arbeiten müssen. Und dadurch, dass ich mein Produkt in der Maschine nochmal eigenerhost und geschützt habe, schaffe ich es auch, qualitativ bessere Produkte zu fabrizieren oder herzustellen, wenn ich in so einem Mini-Environment arbeite. Ja, kurzer Abriss über kleine Prozessluftumgebungen für dieses Mal. Aber es ist ein Thema, definitiv. Und man hört und liest auch immer mehr davon. Das ist tatsächlich so. Gerade das Thema mit diesen Mini-Environments ist sicherlich technologisch gesehen möglicherweise noch am Anfang steht, aber sicherlich irgendwann mal flächig eingesetzt werden wird. Es ist sehr speziell und doch haben wir, glaube ich, alle, wenn wir später mal Elektroautos fahren wollen, ein großes Interesse daran, dass diese Batterien möglichst kostengünstig und energiesparend produziert werden können. Und das ist ein wichtiger Beitrag in diese Richtung. Ja, auch das würde ja den Preis des Fahrzeuges reduzieren, nicht wahr? Also, einen Anreiz schaffen. Und da haben wir den vierten Vorteil. Die Autos werden billiger. Das hoffen wir alle. Ja, jetzt haben wir eine Menge gehört über trockene Luft. Und beim nächsten Mal erhalten wir uns über saubere Luft. Über saubere Luft, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017